Willkommen beim 10. FC St. Pauli Golfzerni auf Gutkaden. Tolles Wetter, ganz viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir haben eine super Zeit und es ist das zehnte Mal, dass wir zusammen Geld sammeln für einen guten Zweck. Es bringt allen viel Spaß, viele schon häufig dabei gewesen und euch allen danke, dass ihr dabei seid und dass ihr so schön gespendet habt. Wir haben hier viele ganz tolle Partner, die seit Jahren uns unterstützen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass Kiez Helden hier den Beitrag bekommt, um soziale Projekte zu unterstützen. Euch allen danke, allen die auch dabei gewesen sind und noch etwas gespendet haben. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ich freue mich, endlich auf dem Golfplatz aufzustehen. Also Wetter ist schön und die Begleitung wird wahrscheinlich auch schön heute. Das freut mich echt riesig, mit den anderen Sponsoren dann auch kennenzulernen und mit denen unterhalten und ein bisschen Golf zu spielen. Ich habe schon viel Golf gespielt damals, wenn ich noch jünger war. Auch wenn ich Fußball gespielt, dann nebenan ganz, ganz viel Golf gespielt eigentlich. Aber die letzten sieben Jahre habe ich einmal pro Jahr gespielt. Ich habe schon ein bisschen Lust, versuche ich dann heute das wegzuspielen. aber der Schwung ist da immer noch zum Glück.